so guten morgen kenners rdlp hier und das hier ist ein kleines dank video denn wie ihr hier oben seht haben wir gestern tatsächlich die 200 abonnenten geknackt ja ich habe mich gestern schon im neuen drug dealer simulator video dafür bedankt part 152 bald habe ich die 200 ich weiß noch wie ich im part 20 damals gesagt habe ja bald haben wir das spiel abgeschlossen ja vielleicht schepieten du und ja ich wollte mich einfach nochmal in einem extra video bedanken weil ich finde das total krass und vielen vielen dank dafür vielen dank fürs schauen vielen dank für die kommentare vielen dank für die tipps ja ich bin nicht der beste was skill und so betrifft in games und stelle mich echt oft dämlich an da helfen mir die tipps wirklich enorm und ich versuche das auch immer umzusetzen zb das mit dem koffer über die mauer werfen ja das hat mein spiel schon ein bisschen jetzt verbessert wenn ich da nicht jedes mal erst mal ziehen muss um über die grenze zu sprinten genau also vielen lieben dank dafür und genau also ich hätte 200 abonnenten als ich wieder angefangen habe dieses jahr da habe ich so gedacht zu 200 abonnenten das irgendwann mal zu haben das wäre absolut krass und jetzt drei vier monate später schon geschafft also vielen vielen dank dafür also ich kann das gar nicht in worte fassen quasi genau also natürlich gibt es dazu specials es kommt natürlich jetzt erstmal der drug dealer simulator live stream wo ich noch bis level 25 mache dann wollte ich also das habe ich damals im t-worlds discord angekündigt dass ich wenn ich mal 200 abonnenten habe oder 100 abonnenten war das damals noch dass ich abenteuer auf dem reiterhof in einem live stream mache oder irgendein anderes pferdespiel ja ich hatte das hier schon mal let's play abenteuer auf dem reiterhof im februar das war mein comeback let's play und ich fand das eigentlich ganz cool und vielleicht mache ich aber auch irgend so ein einhorn spiel mal gucken irgendwie so ein mädchenspiel ja dass das passt ja wir können ja nicht nur immer kriminelle spiele hier spielen wie drug dealer simulator oder fee simulator man braucht auch mal was sensibles ja und ja aber ansonsten hatte ich ja gestern auch schon angekündigt dass ich noch so eine idee hatte wer so ein waschpulver fan habe ich mal auf mein profil bild und schwer kennen können und deshalb wollte ich versuchen bis level 25 also neustart bei drug dealer simulator natürlich lösche ich nicht mein spiel mein hauptspiel das ist ja klar aber im neuen speicher stand und dann würde ich versuchen von level 1 bis level 25 zu kommen und dabei darf ich nur waschpulver verkaufen ja ich weiß nicht ob das geht ob die kunden dann irgendwann ob man dann irgendwann gar keine kunden mehr hat sonst müsste ich machen dass wir sehr viel waschpulver da rein ballern und ein bisschen speed oder was auch immer vielleicht geht das dann aber dass das irgendwie so waschpulver special wäre ja nur bis level 25 mit waschpulver oder sowas ansonsten gerne auch falls ihr irgendwelche ideen habt falls ihr euch was wünscht oder so ich weiß a mir der wünscht sich red dead redemption und das kommt auch auf jeden fall noch teil 1 und teil 2 ich stehe auf western ja jetzt euch die dvd hülle nicht ich habe mir gestern oder vorgestern durch mediamarkt marschiert und da war einfach ein fremder ohne name terence hill reduziert da habe ich natürlich zugeschlagen also solche spiele kann ich gerne auch machen und auch gerne abgeschlossene story spiele musste ich immer so ein endloses spiel sein genau dann bleibt mir gar nichts viel zu sagen vielen dank dafür für die 200 abonnenten das bedeutet mir wirklich sehr viel und dann sehen wir uns heute abend wieder kommt viel simulator und rock dealer simulator ein paar videos dazu genau dann sehen wir uns heute abend bis dann rdlp